Ja, willkommen zurück zum dritten Teil vom Let's Play EuroTrak Simulator 2 auf der TSM-Map. Ja, wir sind noch auf der TSM-Map, haben noch knappe 360 Kilometer vor uns. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird, ne? Die letzte Tour und dann passt es auch für heute. Denn ja, ich muss nachher wieder arbeiten gehen. Und ja, das muss ja auch sein, ne? Ja, ich lasse euch jetzt mal wieder mit den Bildern alleine und wir hören uns danach wieder. Bis gleich! Ja, ich lasse euch jetzt mal wieder. Ja, ich lasse euch jetzt mal wieder. Ja, ich lasse euch jetzt mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020